Hallo Freunde, auf geht's Richtung Apolda European Design Award. Das heute Abend große Modenacht in Apolda, so ist das. 21 Uhr geht's da los, direkt auf dem Marktplatz. Ganz, ganz tolle Kulisse und das Entscheidende natürlich. Die Designer in der Strickbranche, die Gewinner des Textilstrickworkshops Anfang des Jahres sind dabei, dürfen ihre Arbeiten präsentieren. Ganz, ganz tolle und hübsche Models. Ich mittendrin am Mikrofon, diesmal sogar eingekleidet von Kaze Design & Art. Das ist eine ganz, ganz tolle Firma, super Label. Bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Nicht wegen der Moderation, sondern weil ich die Klamotte diesmal nicht in der Hand habe. Ich habe nämlich in meinem Köfferchen wirklich nur sechs Paar Schuhe mit. Ich hoffe, eines wird passen. Schauen wir mal, ich freue mich. Genießt diesen Samstag, es ist traumhaftes Wetter. Packt euch ein bisschen in die Sonne, nicht zu viel, okay. Ja und dann, seid gut zueinander. Bis dann, ciao, ciao, eure Diana.